Einen wundervollen guten Tag, herzlich willkommen zurück. Heute schauen wir uns ganz kurz an, was ihr euren Nutzern anzeigen könnt, wenn ihr sie auf irgendwas Besonderes aufmerksam machen wollt, und zwar das sogenannte Banner. Es gibt ein extra Banner, das man hier unten drunter oder irgendwo hinpacken kann und naja, im Endeffekt ist es nichts weiter als einfach eine kurze Statusmeldung. Es ist eine Möglichkeit von vielen, natürlich könnt ihr das auch anders machen, aber ich dachte mir, ich zeige es euch einfach mal. Und zwar, was wir als erstes machen, damit das Ganze schön übersichtlich bleibt, wir definieren uns unser Banner hier oben, das heißt wir sagen hier Final Banner ist gleich Material Banner. Und genau das brauchen wir hier. Es gibt quasi eine eigene Klasse genau dafür und ja, warum nicht diese Klasse nutzen, wenn man sie schon hat. So, was wir machen ist, wir brauchen hier einmal den Content, das ist im Endeffekt das, was angezeigt werden soll, und wir brauchen die Buttons, die man betätigen kann, um dieses Problem, für das es gedacht ist, zu reparieren. Das heißt in unserem Fall hier ein Text-Icon und sowas wie zum Beispiel, du bist ausgeloggt. Das wäre ein super Grund, warum man die E-Mail-Adresse wieder eingeben muss, wie man es hier ja hat, und danach muss man vielleicht noch das Passwort oder sowas eingeben, wie auch immer. Und anschließend müssen wir es natürlich auch irgendwie wieder anmelden können. Und das bedeutet, wir sagen hier, ey, wir haben eine Action, und diese Action ist im Endeffekt ein Text-Button, und ja, den habe ich euch noch nicht gezeigt, den möchte ich euch aber hier in diesem Upsala-Video auch zeigen. So, und dieser Text-Button, der enthält nichts weiter als eine Funktion, das wäre die OnPress-Funktion, die führen wir aus. Wenn wir natürlich auf den Button klicken, dürfte klar sein, wir printen jetzt hier einfach nur Sachen aus. Ihr könnt damit natürlich wie üblich machen, was ihr auch immer machen wollt. Und das zweite wäre unser Child-Element, und das ist im Endeffekt das Element, was, naja, eben was anzeigt. Also in unserem Fall eben ein Text-Element, und hier wäre dann Anmelden zum Beispiel dran. So, und jetzt müssen wir den einfach nur noch anbinden in unsere View irgendwo rein, und der ist relativ genügsam. Wir können den einfach, ups, nicht hier, sondern in die Children reinpacken. Einfach unser Banner als weiteres Widget, das wir anzeigen wollen. Und schon sind wir tatsächlich am Ziel angelangt. Ihr seht heute ein sehr, sehr kurzes Video. Wir haben hier den Button, beziehungsweise das Du bist ausgeloggt, und hier haben wir den Button mit Anmelden dran. Und ja, da wird man dann normalerweise weitergeleitet auf ein Anmelden-Formular, wo wir jetzt hier tatsächlich schon sind. Das heißt, ja, eigentlich müsste man hier tatsächlich nichts zeigen, aber normalerweise könnte man hier weitergeleitet werden auf ein weiteres Widget oder sowas, wo man dann eben das Ganze angeben kann. Okay, sehr gut. Wir klicken jetzt hier mal ganz kurz auf den Anmelden-Button und schauen uns an, was hier rauskommt. Und natürlich kommt hier DoStuff raus. Das ist eben die OnPressed-Methode, die wir hier ausführen. Cool. Ja, heute mal was sehr, sehr Kurzes. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.